Was klopft denn da am Fenster in aller Herb und Früh? Ich glaub, ich würd' Gespenster, doch so früh klopfen die doch nie. Die erscheinen doch noch viel früher, zwischen Zwölf und Zeit. Um diese Zeit schaut eher der Nachbarsbruch vorbei. Ach du schöne Nachbarin, öffne mir die Tür, weil ich total durchrohrend bin. Halt nackt, steh' ich vor dir. Ohne Schuhe und Socken bin ich durch den Wald gerannt. Black Forest, Bad Food Joggen, ein neuer Fitness-Trop. Ach mein lieber Sportler, gern lass' ich dich ein. Mein Mann, der ist krank, der lässt mich sowieso so oft allein. Ich werd' dir deine schrammen, Joggen, Waden, Massieren. Danach könnten wir zusammen locker was trainieren. Hallo, schöne Nachbarin, was liegt dir denn da im Sinn? Mir liegt da was im Sinn, doch leg du dich erst mal hin. Dann wird's dir ganz olympisch bei meiner neuesten Disziplin. Und die, die nennen sich trimmlich mit deiner schönen Nachbarin. Ja, da ist was dran, das ist ein geiler Sport. Ich hoffe nur, dein Mann bleibt nur heute bei der Ort. Ach, denk von dem nicht schlecht, doch der ist faul, bevor der sich trimmt. Da ist ihm gerade recht, wenn das ein anderer für ihn übernimmt. Aber ja, natürlich übernehme ich seine Pflicht und auch noch die Kür. Ich und du, wir halten dicht. Unsere Spiele in der Kammer gehen keinen etwas an. Ich sag' nichts deiner Mama und ich nicht deinem Mann. Ja, wir zwei beide haben selben Ziel vereint. Wir lagen dicht im Schreiten, keiner des anderen frei. So wie wir zusammen kamen, genauso kommen wir immer wieder zusammen. Und wenn nun offen bleibt die Tür für die Pflicht, die Pflicht und auch für die Kür. Dankeschön. Dankeschön. Ja, mach es unten mal.